Komm ich da hoch? Oder rutsch ich hier runter? Ne, sieht gut aus bis jetzt. What the damn. Ich kann hier hoch. Warum kann ich hier hoch? Für nix. Das ist, äh... Ja, ne? Ah, guck mal an. Ach so, ja. Sonst ist noch alles gut, ne? Was hat das Ding mal aufteilen? Ich meine, vier Leben hat's ja nett, aber... Paket'n Tanz! Okay, hier sind einige von den Dingern. Oh, die Momi. Und der mit seinem Binden macht ganz schön... ist ganz schön nervig. So... Ist noch der mit dem Wind? Ne. Der um so einer. Ach, danke, dass du runterkommst. Ist aber nett. Hier gibt's Zeug. Wo ist denn dann der... Roboter dafür? Eine gute Frage. Zack. Da ist mir Ruhe. Oh, die Kuh ist mir jetzt hier die ganze Zeit immer noch. Kinderparadies oben schild. Irgendwie auch merkwürdig. Okay, irgendwann ist das hier... Das ist schräg. Weiter. Ja. Scheiße, macht die Superattacken. Der steht da unten. Da steht der ja gut. Ne, hier bin ich schon reinkommen, oder? Ich bin schon reinkommen. Don't know at the moment. Und hier gibt's jetzt keine Monster, oder wat? ist ja gar nicht ganz runter ich mag es nur kommt der hoch hier kommt er nicht durch hier geht es nur runter da geht es wo du hast doch mal hier zack so jetzt muss ich noch einmal höher wahrscheinlich zack aber er kann es nicht warum nicht da unten ja wahrscheinlich hat eben nicht da gab es nicht nichts da drin auch so viel deutlich und da drin helfen so etwas kann er nur helfen möchte drin bin alles andere klappt das ist jetzt mal schluss hier jetzt gegen die dinger die kriege ich auch nur sieht hallo kann ich mir in den einsteigen jetzt muss von hinten dran vorher ja die müssen erst aufhören got it ja das war ja doof jetzt hier kommt bauma komisch fehlt noch eine ob das nicht ob es gewesen ist dass wir nicht fertig sind krass irgendwie ist die die welt viel größer als die welt vom olymp oder habe ich beim olymp so viel verpasst und wieder runter weil es so schön war boah jetzt hier die täter sind das wäre mega mit den ganzen bellen ja wo wir machen ja gut blitzes gegen blitz zu benutzen ist gleich ein bisschen los ich will es ja auch nicht die irren täter kann ja auch so werden wenn ich genug schaden macht das ist mir auch wurscht ich glaube zwar nicht aber wer weiß macht es nicht deswegen heute die irren täter das ist ja echt gut schaden ja 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 weiter 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 sind von denen es hört und hört jetzt schon jetzt noch mehr meine als kind wäre das mega du hast mir wieder hier heißt also in anderen wege laufen oder verstehe ich dort scheinlich die spiele Ich verstehe nicht, wieso man den ganzen Tag nicht spielen macht. Aber wo ist denn hier noch? Nee, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt da weiter durch müssen. Ich meine, kann sein. Autsch. Entschuldigung. Wäre aber irgendwie dumm. Was haben wir denn hier hinten noch alles? Weil da drin waren wir ja. Ich seh da jemanden. Steig mal ein. Waut grad sein, hier kann man doch kaputt machen, irgendwie, oder? Oh! Ich ne, kann nicht. Wow. Das macht einem Bescheid auch selber Gutschaden. Würde ich behaupten. Okay, die Kanonen sind awesome. Kann man sagen, ob man will. Das finde ich super. Wenn es noch Zielsuchen geben würde, wäre es noch geiler. War auch gar nicht so schlecht. Haben wir da noch was, was ich nicht gesehen habe vorher. Weil, weiß ich nicht. Ich finde heute, dass sie verschwinden danach. Danke. Hier gibt es anscheinend auch nichts mehr. Ja, dann machen wir das. Okay, die Roboter sind jetzt schon cool. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen öfter benutzen müssen in der Vergangenheit. Ah, eventuell. Hm? Das ist cool. Das ist cool. Ich bringe den Korridor der Dunkelheit vor. Sofort. Kann ich hier mit dem hier da hoch, oder? Ich wäre ganz draußen, aber ich glaube, irgendwie nicht dran. Nope. Geht nur mit Zauber in klein. Schade. Okay, das ist nicht so easy. Shit. Weil Kurve laufen ist hier ein bisschen scheiße. Oh Gott sei es gedankt. Das war knappes. Das war knappes. Kurz heilen. Erstmal kaufen, bevor wir speichern. Kaufen, Items. Kuppo, Münze. Oh. Man hat aber schon, aber... Fist ist es. Ja, für den Rest will ich jetzt mal kein Geld ausgeben. Erstmal. Items schmieden. Eine Mega-Potion. Wird schon jetzt wenig. Ja gut. Jetzt speichern. So. Und... Na, auf geht's. It looked like this? Yep. Here goes. Auf geht's. Erstmal Ladebildschirm. Ta-da. Fuh-fuh-fuh. Buz! Xehanort. Was willst du mit meinem Freund? Schau. Such tremendous darkness. All because he was ripped away from the boy who cares about him most. Does that mean... We'll all be like Buzz? If we don't find Andy... Wrong! Distance doesn't matter. Andy's part of their hearts, just like my friends are part of mine. You can't rip that apart. Huh? What? Your friends are your power? Ha. How very true. But if the light of friendship is a form of power, the darkness of being alone is a power. Even greater. Darkness is the heart's true nature. Whatever you're talking about, I don't care. Put Buzz back the way he was, then get lost. Or else what toy? Yeah. I am a toy. And a friend. My guess is no one's ever loved you before. Because you know nothing about hearts and love. There are hearts all around us, trying to connect. Your loneliness only made Woody and Buzz's connection stronger. That's the heart's true nature. To never, ever let go. Wherever they are, Andy and the other toys haven't let go either. Yeah. You can't keep us from Andy. We're going home no matter what. And taking Buzz. Xehanort, you're so caught up in finding the shadows, you forgot about the light that cast them. Giddyup, partner. We've got to get this wagon train a-moving. Woody, wait, how did I get here? Hmm. Oh, I don't know. Maybe somebody switched you into dark and stormy mode. But I don't have a... Thank you, Woody. Good to have you back, Buzz. Buzz, cover up! Huh? We can't hold him much longer! Don't give up, guys! So, even empty puppets can be given strong hearts. I am going to have to remember that. Remember this. Our hearts will always be connected to Andy's. No matter what you do. And that's something you'll never understand. Because you are hollower than any toy. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. For that, let me give you a parting gift to play with. Wait! Find the heart's joint to yours. Huh? There! The organization again, right? What is that? Beautiful. Here goes.